Hallo, grüß dich! Robert hier. Herzlich willkommen zu meinem ersten Corona-Spezial für dich. Normalerweise hätte ich das hier nur für Teilnehmer meines Rockstar-Trainings rausgegeben, aber da mir doch sehr, sehr wichtig ist, dass du hier als guter KZ-Betrieb überlebst und sogar gestärkt aus dieser Situation hervorgehst, habe ich mich dazu entschieden, die Tipps in dieser Woche, die wirklich relevant sind und hochwichtig sind, an dich hier weiterzugeben in unserer Gruppe der Durchbruch für KZ-Betriebe, weil es dir nun mal einmal dazugehört. Wenn du jemand bist, der in nächster Zeit Umsatzeinbußen zu erwarten hat oder wenn es sogar jetzt schon losgegangen ist bei dir, dass Kunden Termine absagen und dass du vielleicht Schwierigkeiten hast, neue Termine zu buchen, wenn also gerade Sorgen bestehen oder in nächster Zeit eben auf dich zukommen, dann ist das hier genau richtig für dich. Hier in diesem Video geht es nämlich um das erste große Thema hier, das ist nämlich die Schadensbegrenzung. Ich möchte dir hier kurz ganz genau sagen, wie du das hier als KZ-Betrieb eben wirklich überlebst und auch safe bist fürs nächste Jahr. Und darum geht es hier halt auch. Es geht hier um das Thema Steuern. Ich bin kein Steuerberater, das nur eins mal vorab, aber natürlich bin ich informiert und beraten. Ich bin Unternehmer, ich habe mehrere Unternehmen und natürlich achte ich hier darauf, was da zu tun ist und das möchte ich an dich weitergeben. Das sind wertvolle Tipps von einem der erfolgreichsten Steuerberaterkanzleien, die es gibt im deutschsprachigen Raum. Und beherzige das bitte wirklich. Es wird nämlich so sein, dass einfach in den nächsten Jahren eine große Anzahl an Pleiten zu erwarten sind in unserer Branche. Es wird einfach passieren, dass KZ-Betriebe, wenn nicht in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr an der Steuerlast zum Beispiel aus diesem Jahr untergehen werden, wenn jetzt Umsätze wegfallen. Und ich möchte dich davor bewahren, bitte nehme das hier wirklich ernst. Und ja, ich möchte, dass du halt einer von denen bist, die hier wirklich überlebt und gestärkt aus dieser Sache rausgeht. Ich habe das gestern schon angedeutet. Ja, das haben einige von euch missverstanden, dass ich hier irgendwie Kapital aus menschlichem Leid schlagen möchte oder so etwas. Also guck dir das vielleicht einfach an und entscheide selbst, wie ich das hier meine. Für mich ist es wichtig, dass dein Betrieb, deine Existenz gesichert ist. Da hängen Familien dran, ja, da hängst du dran, da hängen Mitarbeiter dran. Und wir wollen hier natürlich auch weiterhin für die ganzen Autofahrer da draußen oder je nachdem, in welcher Nische du unterwegs bist, Oldtimerfahrer, Wohnmobilfahrer, was auch immer, ja, dass wir einfach ein guter, starker Anbieter sind an der Seite dieser Leute, damit diese Leute weiterhin sicher unterwegs sein können und von A nach B kommen, wann immer es eben nötig ist. Also so viel zum Thema Menschlichkeit hier. Was haben wir für eine aktuelle Situation? Es geht hier wirklich um das Thema Steuer im Sinne der Schadenbegrenzung. Es ist nun mal so, in diesem Jahr, du weißt es, wirst du die Steuern zahlen, aus 2018, im nächsten Jahr, aus 2019 und so weiter, wenn du den Voranmeldezeitraum eben entsprechend eingestellt hast. Also wenn du eine Dauerfristverlängerung hast und so weiter. Ich gehe mal davon aus, dass du da einigermaßen safe bist. Wenn du da nicht safe bist in dieser ganzen Thematik, kann ich dich gerne mal weiterleiten an jemanden, der dich da unterstützt. Also die Sache ist halt die, in den letzten beiden Jahren, 2018, 2019, gibt es viele Unternehmen, die gutes Geld verdient haben, weil es konjunkturmäßig ganz gute Jahre waren. Und wenn du jetzt bei mir nicht im Training bist oder warst, dann hast du einfach die Konjunktur mitgenommen, hast aber nichts dafür getan, großartig, um wirklich sehr groß zu werden, sehr bekannt zu werden. Und genau dafür muss ich dir das jetzt hier mitgeben. Weil du wirst, wenn du jetzt einen Umsatzeinbruch hast, im nächsten Jahr kommt die Steuerlast aus diesem und letzten Jahr. Und aus diesem Grund solltest du unbedingt dafür sorgen, dass die Steuerlast für dich so gering wie möglich ist, weil spätestens das könnte dann der Durchschluss sein. Und aus dem Grund werden viele Unternehmen eben pleite gehen, weil sie die Steuerlast dann eben nicht mehr tragen können. Weil die aktuelle Liquidität, die du jetzt hast, die vielleicht da ist, nutzen musst, um aktuell Umsatzeinbußen zu überbrücken. Das sind vielleicht Gelder, die du normalerweise in die Steuer gegeben hättest. Und ja, wenn du nun aus einem schwächeren 2020 rauskommst und 2021 die Steuern dafür zahlen musst, des Jahres davor, dann gibt es ein Problem. Das kannst du dir sicherlich vorstellen. Und deswegen gibt es drei Dinge, die du jetzt unbedingt tun solltest. Strukturelle Dinge, die du jetzt beantragen und verbessern musst. Es ist sehr, sehr einfach. Wenn du einen Steuerberater hast, gib das bitte einfach an den Steuerberater. Falls nicht, gib das bitte selbst ans Finanzamt. Du musst nur drei Dinge beantragen und es wird dir hier wesentlich besser gehen. Und zwar musst du als erstes mal beantragen, dass du die Vorauszahlung der Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Einkommenssteuer herabsetzt. Wir haben alle mit diesen Vorauszahlungen zu tun. Das heißt, du musst auf Basis der letzten Geschäftsjahre diese Vorauszahlungen leisten. Und jetzt im Zusammenhang mit Corona kannst du Anträge stellen ans Finanzamt, das sofort herabzusetzen, dass das auch herabgesetzt bleibt im nächsten Jahr. Dass du liquide Mittel, die du jetzt hast, jetzt nicht verschwenden musst für irgendwelche Vorauszahlungen. Also das bitte unbedingt beantragen beim Finanzamt. Oder du wendest dich an deinen Steuerberater und sagst ihm bitte, beantrage das jetzt für mich. Das zweite ist, wenn du gerade in der Situation bist, dass du größere Steuerzahlungen leisten musst, dann solltest du die unbedingt stunden im Zusammenhang mit Corona. Das geht. Da gab es eine Nachricht von oben, von der Bundesregierung, eine Anweisung an die Finanzämter, dass Stundungsanträge erstattet werden sollen. Und es geht ja jetzt einfach darum, die maximale Liquidität aufrecht zu erhalten und eben auch Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu haben. Also was bedeutet das? Behalte das Kapital, was du jetzt hast. Verschwende es jetzt nicht ans Finanzamt, wenn es nicht möglich ist. Wenn du jetzt nicht handelst, dann kann dir das auf die Füße fallen. Also lass uns bitte planungssicher vorgehen hier und stunde die Steuerzahlungen. Du kannst die Fristen verlängern. Welche Frist genau, ist nicht bekannt. Das wird noch gehen. Die Finanzämter in Sachsen haben dazu was auf ihrer Website. Ansonsten müssen wir da einfach mal mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Also wirklich Antrag stellen und zwar die Steuerzahlung, größeren Steuerzahlungen, die du vielleicht jetzt hast, zu stunden. Und die Fristen kannst du ja dann auch wieder erfragen. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt für dich und kann dafür sorgen, dass du jetzt einfach mehr Liquidität behältst. Auf dieses und nächste Jahr gesehen, das wird sehr wichtig für dich sein, wird einen großen Unterschied machen. Ja, glaub mir das bitte. Und ja, wenn gerade Umsätze wegfallen, dann kannst du natürlich auch die Säumniszuschläge stunden. Ja, also das heißt, nochmal, wenn du jetzt zum Beispiel vollstreckbare Titel gegen dich hast, das heißt also, wenn das Finanzamt gesagt hat, wir sind hier in der Vollstreckung, du musst das und das bezahlen, dann auch da bitte eine Stundung beantragen und eben auch im Dritten hier, das ist ganz wichtig, einen Antrag auf Erlass der Säumniszuschläge stellen. Ja, das ist auch noch ein Punkt. Wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, einen kostenlosen Kredit vom Finanzamt zu bekommen, indem wir einfach das Kapital halten, was wir gerade haben. Und das Dritte ist wirklich, dass du hier einen Antrag stellst auf Erlass der Säumniszuschläge und damit zahlst du natürlich keine Zinsen. Das ist Unsinn. Ja, wenn wir jetzt Kapital sparen, dafür Zinsen zahlen müssten, das ist unser Geld. Mein erklärtes Ziel ist hier ganz klar, Kapitalabflüsse jeglicher Art für dich zu vermeiden. Ja, das ist extrem, extrem wichtig und bitte berücksichtige das hier, wenn du in der Sache irgendwie Unterstützung brauchst. Ich werde dir in dem Zusammenhang keine Session anbieten, ja, und du kannst damit nicht Mitglied werden bei mir, aber ich kann dir Kontakte vermitteln und ich werde, ich weiß nicht, wie ich das hier mache, ja, ich bin sehr schnell, ich gebe das Video hier sehr schnell raus, ich weiß nicht, wie ich es mache, vielleicht gebe ich dir sogar eine Vorlage hier in diese Gruppe rein, was du dem Finanzamt schreibst oder zumindest, was du deinem Steuerberater schreibst, könnte heute im Laufe des Tages noch kommen. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich das hier genau aufziehe, Hauptsache du hast diese Information erst mal, wo du natürlich nicht rangehen darfst, das ist wirklich ganz wichtig, weil du sonst dir die Feindschaft des Finanzamts sicherst, ist die Lohnsteuer und die Umsatzsteuer, ja, das verwaltest du treuhänderisch, du darfst niemals das einbehalten, bitte sicher dir die Freundschaft des Finanzamts, indem du immer die Umsatzsteuer, die vereinnahmte und die vereinnahmte Lohnsteuer, das verwaltest du wirklich nur, dass du das sofort wieder ans Finanzamt abfließen lässt, solltest du das in irgendeiner Form behalten und einsetzen, weil du die anderen Dinge nicht berücksichtigst, aber Kapital brauchst, dann wirst du große Probleme kriegen, also bitte Lohnsteuer, Umsatzsteuer immer weg, als guter Unternehmer weißt du das sowieso oder dein Steuerberater weiß das und ist hier an deiner Seite. Also es ist jetzt zusätzlich wirklich deine Pflicht, wenn du hier weiter liquide sein möchtest, dass du alles dafür tust, dass du die Bilanzen und die Steuererklärung so machst, dass du wirklich die geringstmögliche Steuerlast hast, on top, wenn du gerade an den Steuern für 2019 arbeitest. Am 2.3. sollte die Steuererklärung für 2018 abgegeben sein, wenn du das noch nicht gemacht hast, ja, dann setz dich bitte mit deinem Steuerberater zusammen und sorge dafür, dass du hier so wenig Steuern wie möglich zahlst, dass du hier wirklich attraktiv dir die 750 wichtigsten Punkte berücksichtigst, wie du hier wirklich deine Steuererklärung minimal hältst und ja, wenn du 2018 noch nicht abgegeben hast, kannst du es jetzt natürlich auch nochmal für dich nutzen, falls doch, achte darauf, dass du für 2019 wirklich das richtig ordentlich machst, es ist wichtiger denn je. Also, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, ja, im ersten Schritt, sorge bitte dafür, beantrage beim Finanzamt, dass du die Steuerzahlung, die Vorauszahlung der Körperschaftssteuer, der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer, dass du das runtersetzt, ja, einfach runtersetzen, im Antrag mit, im Zusammenhang mit Corona funktioniert das, das zweite ist, dass du größere Steuerzahlungen, die vielleicht jetzt schon vollstreckbar sind gegen dich, dass du die stundest und in dem Zusammenhang eben auch deinen Antrag stellst auf Erlass der Säumniszuschläge, ganz wichtig, das dritte ist, dass du die Verlegung und die Aussetzung der Vollstreckung beantragst, ja, also das bitte insgesamt beachten hier, mit der Sache bist du schon ziemlich safe, alles das hier wird dir helfen für die nächsten Jahre, einfach ein bisschen sicherer und liquider unterwegs zu sein, ja, das ist sehr, sehr, sehr entscheidend, bitte nimm das hier wirklich ernst und deswegen spiele ich das hier auch eben an dich aus und normalerweise wäre das hier eigentlich nur für meinen Inner Circle, ja, für die Leute, die hier im Rockstar-Training sind, aber das ist mir dann doch zu wichtig, dass du hier wirklich überlebst und am Start bleibst, das war mein erster Teil in dieser Woche zum Corona-Spezial, zum Thema Schadensbegrenzung und die nächsten Tage geht es weiter, es wird noch zwei Folgeteile geben hier, bitte bleibe dran und ja, gut, dass du es dir angeguckt hast, wir sehen uns im nächsten Video, ja, bleib gesund, bleib fit, bleib stark, mach's gut, dein Robert, ciao.